Möchtest du die Größe deines Bildes verändern, hast aber einen Hintergrund, den du nicht einfach so über Farben realisieren kannst. Dafür hat Photoshop eine tolle Möglichkeit, die inhaltsbasierte Füllung. Und wie die funktioniert, erfährst du in diesem Video. Hallo, herzlich willkommen bei Videomacher. Mein Name ist Indra. Wenn du mehr über Tools lernen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und drück auf die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Heute wollen wir uns die inhaltsbasierte Füllung anschauen. Gehen wir doch dafür direkt einmal in Photoshop. Ich habe hier eine Grafik einer Glühbirne, die ich im Seitenverhältnis verändern möchte. Also ich schaue mir jetzt erstmal die Bildgröße an. Ich drücke dafür auf STRG-ALT-I. Wie das mit den Bildgrößen und mit den Arbeitsflächengrößen geht, habe ich auch mal bereits in einem anderen Video gezeigt. Ich verlinke hier den... Ich blende hier einmal den Link zum Video ein. Und zwar hat dieses Bild die Größe von 1920 auf 1266. Mir gefällt es nicht, ich möchte aber die Glühbirne hier beibehalten. Das heißt, ich verändere einmal die Größe auf 1080. Und sage jetzt... Ich verändere die Arbeitsfläche, also über STRG-ALT-C. Und sage jetzt, das Ganze ist 1920 breit. Und in dem Arbeitsflächen-Video habe ich bereits gezeigt, dass ich jetzt den Hintergrund hier mit einer soliden Farbe füllen könnte. Das funktioniert bei diesem Bild hier aber nicht so sonderlich gut. Also ich zeige das einmal, wenn ich jetzt über die Pipette hier diesen Grauton beispielsweise nehme und dann diese Fläche hier fülle, sieht es einfach nicht gut aus. Ja, also das nimmt mir halt niemand ab, dass das Bild hier so weitergeht. Dafür gibt es aber einen tollen Trick bei Photoshop und zwar die inhaltsbasierte Füllung. Dafür muss ich einmal den Bereich auswählen, den ich füllen möchte. Ich mache das hier über mein Auswahl-Tool mit dem Rechteck. Ich wähle hier diesen Bereich aus. Lasse es meistens ein bisschen überlappen. Und dann halte ich die Shift-Taste gedrückt, um eine Auswahl hinzuzufügen und wähle jetzt die andere Seite auch noch aus. Und jetzt finde ich die inhaltsbasierte Füllung unter Bearbeiten und dann hier Inhaltsbasierte Füllung. Diese Auswahl steht mir nur zur Verfügung, wenn ich bereits etwas auf einer Ebene ausgewählt habe. Also ich klicke jetzt hier drauf und jetzt öffnet sich ein neues Bild. Und er lädt immer erstmal ein bisschen und jetzt sehe ich hier schon, wow, mega gutes Ergebnis. Wenn das Ergebnis jetzt bei deinem Bild nicht so gut ist, dafür ist dieser grüne Bereich. Er nimmt also den grünen Bereich, um diesen Bereich hier aufzufüllen. Also ich könnte jetzt auch hier aktuelles Minus ausgewählt sagen, nee, diese Birne, dafür brauchst du nichts auffüllen, obwohl mein Ergebnis schon sehr, sehr gut ist. Also müsste ich da eigentlich gar nichts mehr anpassen. Und könnte auch, wenn ich Alt gedrückt halte, wechselt er zu dem Plus. Also hier zwischen den beiden, das heißt, da könnte ich Elemente hinzunehmen, wenn jetzt mein Ergebnis nicht so gut passt. Ich drücke einmal auf Anwenden. Dann erstellt er mir hier eine neue Ebene, wo diese Elemente erzeugt werden. Ich klicke auf OK, ich hebe die Auswahl auf, über STRG D oder Auswahl aufheben, hier unter Auswahl und habe hier ein wahnsinnig gut erweitertes Bild. Also das würde ja jeder sofort glauben, dass dieses Bild tatsächlich mal so aussah. Sehr, sehr coole Funktion. Also wie du siehst, super leichte Bearbeitung von meinem Bild. Wenn dir das mit der Arbeitsfläche und der Bildgröße in Ticken zu schnell geht, habe ich auch nochmal ein separates Video dazu gemacht. Schau doch da mal rein. Falls du dich mit anderen Videomachern austauschen willst, dann tritt doch der Videomacher Facebook Community bei. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch diesen Kanal und drücke auf die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst.